Das schreit noch so richtig, das ist kein moderner Motor. Das ist sehr cool. Ja, ganz schön. Für so ein schweres Auto ist das schon erstaunlich. Wer weiß noch nicht, was er macht. So. Das ist doch schön. Die Fahrwege ist gut abgeschickt. Die Razzas sind eine Bucht auf so einem schweren Auto. Das ist unbeschreiblich. Aber im leichten Auto funktionieren die nicht. Kommt auf die Fahrwerksdiometrie an. Das ist einfach nur eine Einstellungs-Sache. Aber schon krank, wie die Erdra funktionieren. Aber leicht untersteuern hat der, ne? Ganz leicht, ja. Wenn du so enge Kurven wie hier in Wehrseifen ganz eng anfährst, dann macht er das ganz leicht. Und ich hab ja Sturz zurückgenommen von 3 Grad 20 Minuten auf 2 Grad 45 Minuten ungefähr. Ich bin jetzt bei 3,1. Warum hast du rausgenommen? Weil ich hoffte damit, die Reifenschäden unter Kontrolle zu kriegen. Ja, okay. Hat aber nicht funktioniert. Ich hab letztes Mal gesehen, dass du bei Rädern warst, um Sturz rauszulassen. Ja. Jetzt willst du mir ein bisschen zu früh Regen. Ja, ja. Ich nehme mal ein bisschen raus, ne? Ja, ja. Ich fahre auch, wenn es so anfängt, nehme ich auch immer raus. Das ist, wenn du jetzt Cup 2 zum Beispiel drauf hast. Dann ist das doch okay, ne? Mit dem kannst du ja auch ganz gut fahren. Aber diese Dejenters hier, das ist ja so. Das ist ganz schwierig. Parossell ist sau sauglatt heute. Wenn hier eh gelbe Flaggen sind, dann fahren wir halt hoch. Ja, ja. So. Das ist perfekt. Du bist aber nicht mehr so öfters, oder? Nicht mehr so öfter, ne? Ich hab in letzter Zeit nicht viel Zeit dafür gehabt. Arbeiten nimmt mich immer mehr in Anspruch. Ja. Ja. Dann liegst du aber eine Zeit lang nicht so richtig. Was ist jetzt mal? Da ist doch ein Blögel. Motorprobleme, oder? Immer mal wieder irgendwie so blöde Kleinigkeiten. Hm. Ja. Jetzt hab ich mal bei der Klimaanlage ausgefeilt. Ist das eine Diva? Ist das eine Diva? Aber schon geil in dem Gelben. Das sieht man nicht oft. Ja. So eine Software und alles, das ist aber alles original, ne? Ne. Ist eine Stufe 1 von HGR drin. Ungefähr 400 PS. Reicht doch. Ja. Ich hab den ja gekauft. Da war schon eine Leistungssteigerung drauf. Und äh... Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich jetzt immer noch original Leistung. Da ist nur deswegen... Die waren nur so schlecht, dass ich die hab überprogrammieren lassen. Vorsicht. Hier bin ich eben gerutscht über alle 4. Echt? Ja. Als das erste Fall anfing, so ein bisschen zu tröpfeln. Das ist der Dominik, oder? Hatte der die Schotter nun voll? Irgendein Esel... Ne, der war breiter. Ja, der war breiter. Wimpermann einfach. Auch nicht so. Ja. Also eben im Trocknen bin ich echt manchmal krank. Aber beim Nasten, da bin ich raus. Und ich fahr auch gerne quer, aber... Ich geh auch manchmal auf Zeiten, die eigentlich aber nie im Regen und so. Ne, ich hab da echt Respekt drauf. Zu allem. Mit den Live. Wenn du so die Hetzers, oder Tourios, oder A1 oder sowas. Ja, ich hab ja A1. Ja, dann ist im Regen absolute Vorsicht angesagt. Zum Beispiel, wenn du im Geheimkopf das Auto verlierst, dann hängst du ja sofort in der Plankgasse sofort anzukommen. Ja! Gute drauf. Ja, ich hab die Behandlung. Ich hab die Karte jetzt nicht mehr.